Musik Mein Name ist Christoph Wiedmann, ich bin Schlagzeuger hier im Staatsorchester. Wir haben uns jetzt gemeinsam mit der Firma Schlagzeug damit befasst, die Glockenklänge in der Oper Tosca von Puccini zu optimieren, darüber nachzudenken. Es gibt neue Entwicklungen und wir sind ganz gespannt, was wir daraus für neue Erkenntnisse gewinnen. Also normalerweise, wenn ein Komponist Glocken vorschreibt, dann greift man eigentlich, wenn man jetzt nicht anders ausgestattet ist, zu den herkömmlichen Röhrenglocken. Aber man hat eben in heutiger Zeit ganz andere Instrumente auch zur Verfügung. Wir arbeiten bei Tosca an drei verschiedenen Orten auf der Bühne als Bühnenmusik und haben bisher Plattenglocken und Röhrenglocken eingesetzt. Was ganz wichtig ist bei der Oper, sind Kanonen und Glocken. Das ist ein ganz charakteristisches Merkmal dieser Oper. Und neben diversen Kanonenschüsse, die auch wir Schlagzeuger dann abgeben hinter der Bühne bei dem Stück, sind eben die Glocken unsere wichtige Aufgabe. Es gibt die Stelle im ersten Akt, am Ende, wo das Tedeum in der St. Andrea de la Valle Kirche praktisch den Akt beendet. Das ist ein ganz charakteristisches Merkmal. Also ich bin Andreas Regler und Inhaber der Firma Schlag zu. Also das größte Problem, speziell jetzt auf Kirchenglocken bezogen ist, dass es zum einen relativ schwierig ist, die zu transportieren aufgrund des Gewichts und dass die Glocken relativ hoch klingen. Also man kommt nicht so wirklich in die Tiefe. Und auf der anderen Seite hat man mit den Plattenglocken Instrumente, die sehr tief klingen, aber den Charakter einer Glocke gar nicht mehr so wirklich widerspiegeln. Und da kam eben die Idee, mal ein Instrument zu finden, das so ein bisschen die Waage hält, auf der einen Seite gewichtsreduziert und in die Tiefe gehend. Und da sind wir dann letztendlich bei den Orchesterschalen gelandet. Wir suchen natürlich immer als Schlagzeuger nach Optimierung unserer Sounds, unserer Geräusche, Klänge, Töne, die wir von uns geben. Wir brauchen eigentlich einen sehr geraden Klang für das Orchester. Wir haben festgestellt, auch dass Kirchenglocken für bestimmte Lautestellen sehr gut einsetzbar sind, aber jetzt gerade im Pianobereich brauchen wir Glocken, die sehr klar in der Ansprache sind. Und da sehen wir jetzt eben diese Orchesterschalen auch als sehr gute Alternative und sind gespannt, die auszuprobieren. Und eigentlich die wichtigste Stelle ist der Beginn des dritten Aktes, wo Caravardossi auf seine Hinrichtung wartet und in den Morgenstunden die Glocken der römischen Kirchen hört von der Engelsburg aus. Petersdom gleich nebenan, Santa Maria Maggiore. Und die Lateran-Kirche etwas weiter entfernt. Und am Schluss kommt noch vom Giannicolo-Hügel auch noch die hohe Glocke mit einem schnellen Motiv dazu. Und in dieser friedlichen Stimmung sind eben diese Glockenspiele auf drei Positionen im Opernhaus verteilt und wir stimmen diese Szene. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020